Hi Leute, ich habe mir gedacht, wenn die Pflanze noch weiter steht, dann kann es nicht weiter gehen, weil dann breite sich das ganze Gebiet nur noch weiter aus. Und habe es eigentlich gerade geschafft, sie irgendwie ein bisschen runter zu hitten. Oh shit, ich habe keine Fortification. Genau das meinte ich. Ja, perfekt. Das Bett hat funktioniert perfekt. Ich habe mir nicht sicher, ob es auch bei den Mods funktioniert. Ah, perfekt. Radiant Totem. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil ich habe es gerade irgendwie geschafft, mit ganz viel Mühe und Not das ganze runter zu hitten. Auf, keine Ahnung, 10 HP oder sowas. Aber irgendwie, also das hat auch eine Bossbar. Ich habe das Gefühl, meine Fortification läuft gleich aus. Radiant Totem. Runter, runter und... Aber gut ist nicht zu lagern, weil es ganze viel, wesentlich einfacher ist. Und weil ich hier bin, äh, 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 versuchte auch weiter zu spawnen, aber durch den Protego oder wie das Ding, äh, Protector. Also, äh, damit steht sich eigentlich wieder mit selber. Also, jetzt müssen wir eigentlich versuchen, nur hier zu überleben. Forcefield, hallo! Aber, äh, Fortification ist so OP. Ja, aber ich habe den Sorgen. Oh, okay, okay, ich habe die Buppe. Oh, okay, 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 ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, okay, okay! Okay, okay, okay! go 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 ready totem greater heal funktiert auch funktiert ich will sagen ich habe eigentlich ein bisschen angst ist ohne entern zu machen also nur doch es ist hier gerade noch ein ganz anderes kaliber so ein bisschen also das gefühl scheiße die adeptive loweigle yellow eis yellow eis in der zuopie die one hinten halt so lange nicht zu base kommen ist alles gut eigentlich würde ich da hinten halt gerne turrets aufstellen das problem ist nur ich glaube die parasiten würden die turrets direkt wieder auseinander nehmen und bis ich die aufgebaut habe und eingestellt habe bin ich einfach schon hier auch schon wieder tot also ich weiß dass der boss wollen kann weg 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 was war da gerade dieser riesigen bubble war es ein boss nein oder okay die bau die pflanze ist weg ist nur die frage das war noch andere pflanzen nicht dass die auch noch 24 werden aber dann haben wir wieder ein problem aber ich würde sagen das ist eine andere geschichte für einen anderen tag nein spaß also ich war nur sagen ich würde das war mein try die zu besiegen ich habe es euch gefallen waren es dann nur sechs minuten aber haut rein bis jetzt in der nächsten folge und dann sage ich ciao leute